Karbala Schauplatz einer Tragödie und Schauplatz der größten jährlichen Pilgerfahrt der Welt. Es ist die Geschichte eines Mannes. Eines Mannes, der sich nicht unterdrücken ließ und dafür mit seinem und dem Blut seiner Familie zahlen musste. Es ist die Geschichte von Hussein. Es ist Zeit, dass die Menschheit erfährt, wer Hussein ist. Es ist die Geschichte von Hussein. Es ist nicht nur die Leute, für die Menschen. Es ist nicht nur die Menschen, für die Menschen, für die Menschen. Es ist ein sehr, 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 sehr. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR